ist das eklig was ich habe nichts gegen vögelchen alles zugeschissen so kannst du doch nicht lieben und wir zeigten dem sodom unter uns unsere wahre von den gründern erhaltene mission und als die mandarine und die heuchler aus washington ihn verrieten da wankte unser prophet nicht er winselte nicht um vergebung wie unsere väter mit dem großen abtrünnigen brachen so trennte unser prophet sich von den so genannten patrioten und heute feiern wir diese sezession ich weiß wie das ist wenn man im falschen moment nachladen muss danke für euer ganzes zeug ich hätte es mitten in die reinschmeißen sollen willkommen to race äh ja nazis wieder fast keine munition gesundheitsinfusionen schildinfusionen oder salzinfusionen mit salzkapazität die schild kapazität oder das maximale gesundheit das maximale gesundheit gesundheit nämlich optionale aufgabe stelle die mögliche stellen möglichkeiten da wertvolle ressourcen zu finden suche bereits erkundet die orte erneut auf um ein schloss mit diesem schlüssel zu finden das schloss zum flügel wovon hat der große befreier die neger denn befreit von seinem täglichen brot vom adel ehrlicher arbeit von wohlhabenden schutzherren die ihn von der wiege bis zur wahre unterstützten von kleidung und schutz und was hat der schloss zum flügel mit seiner freiheit gemacht von allen liebewesen wird nur der weiße mann frei geboren und es ist unsere last und aufgabe für den rest der schöpfung zu sorgen ich hoffe ihr habt jetzt dagegen wir über die typen vermeinten kopf schießen sich mit die fußwegel hoch wenn ich so was höre wir suchen jetzt nach einer haben wir irgendwo kontrollpunkt schatten nein ich suche eigentlich optionen aus tastatur befindlichkeit primär sprint ein ausschalten gehen oxofon abspielen navigation hilfe spielmenü ich suche eigentlich ob wir irgendwo die idee bestens reingucken können weil wir müssen wir wissen jetzt wir können irgendwo ein schlüssel ein schloss stecken mit einer tür mit flügeln haben wir irgendwo eine tür mit flügel ich glaube dich dass es hier draußen eine tür mit flügeln gibt eine flügeltür haa oder je nach monument island jkl es benutzen das ist das nein hier ziele optional findet das schloss sie befreien hat sich jetzt ausgewählt natürlich habe ich nicht ausgewählt e achso tab wechseln das ist auch monument island kann ich das nicht einschalten d 25 enter wird auch nicht könnte ich ausschalten findet findet es in das schloss zum schlüssel du hast einen interessanten schlüssel wurden durchsuche die häuser in der nähe um herauszufinden was ist aufschließt weil ich doch hier draußen und was hat er mit seiner freiheit gemacht nun geht nach finkton dort sieht es von allen liebewesen wird nur der weiße mann frei geboren und es ist unsere last und aufgabe für den rest der schöpfung zu sorgen das heißt hier müsste es dann irgendwo den da ist eine tür gibt es hier drin irgendwas hier weiß ich war nischt ich glaube da kommen wir nicht mehr hin zurück oder doch ich glaube es nicht dass es so weit nach hinten ist hier haben wir kein schloss hier waren wir auch schon hier hat er auch nichts und die schlafen noch die besitzer sind wohl tot hier gibt es auch keine tür da oben war auch nichts jetzt die tür haben war es auch nichts also kann hier quasi nur so drinnen sein vielleicht kommt sie erst noch wir haben uns jetzt ganz umsonst diesen weg gemacht wo es grüßt die und da sollen wir lang nach 1 uhr heute nachmittag startete der niederträchtige schurke den fine für ein mitglied der vox populi halten seinen schrecklichen amoklauf alles ging sehr schnell hass erfüllt und zum äußersten bereit verletzte der anarchist mehrere kolumbische peacemaker bevor er sich bis auf die zähne bewaffnete und in eine menge vollkommen unbescholtener jahrmarkt besucher feuerte bisher hat er erwiesenermaßen mindestens acht gottesfürchtige kolumbische bürger vor den thron ihres schöpfers gebracht er gilt als extrem gefährlich und bösartig und wir suchen sie dringend sich nicht der gefahr auszusetzen ihn ohne polizeiliche hilfe stellen zu wollen und nun wieder musik da hoffen wir dass wir dem nicht begegnen push jetzt wurde aber nicht gefragt ob ich sicher bin heißt wir kommen dann wir können da noch runter wieder ein dollar bill was willst du denn kaufen noch mal ein bisschen munition können wir die hier wieder benutzen ja ist was dahinter das war ja offensichtlich das war ja offensichtlich äh hallöchen nett was haben wir hier ausrüstung die ausrüstung ist eine spezielle kleidung die dir bestimmte fähigkeiten verleiht du kannst immer nur vier ausrüstungsteile gleichzeitig tragen jedes teil pro ausrüstungstyp du kannst eine ausrüstung im spielmenü verwalten und was haben wir denn neuhosen dringende fürsorge erinnert die verzögerung beim wieder aufladen deines schildes um eine sekunde die wieder aufladen deines schildes um zwei um das doppelte ja ausrüstung neben abbrechen ich ja ich habe endlich meine hose an jetzt dödelt der dödelt nicht mehr so in der gegend rum natürlich sieht sieht man die nicht was kommt stock wir sollen darlings das heißt wir gehen darüber projektor race ja nie ist klar ja ich habe dödelt gesagt liebe mutter von columbia warum beten wir drei symbole zum gedenken an dich an wir beten das schwert an auf das wir dich rächen wir beten den raben an auf das wir augen überall in der stadt haben wir beten den sarg an denn er symbolisiert die schwere unseres versagens so ja ich habe dödelt gesagt und ich äh ist ja auch nicht mehr im november und jetzt jetzt erstmal aus kommt raus geht nicht toll ich werde nicht noch einmal halt und klasse rechte brauchst du aus ich will jetzt nicht wissen wie man eine springfalle erschafft was ist denn der kack time to second by teuflisch es zeigt es hallöchen mein kleiner freund drück rechte maustaste um mürderische krähen herbeizurufen deine feinde betäuben und verletzen halte rechte maustaste gedrückt und klasse es los um einen nestfall aufzustellen während des krähen angriffen dem gegner mehr schaden ok es geht auf jeden gegner das sind also die peacemaker dann geben wir dem mal frieden noch mal salz hier haben wir nichts die armen säue die da oben denken noch ein ausrüstungsgegenstand gut brenner heiligenschein 70 prozentige chance das nahkampf zielen brand zu setzen wird opfer es ist 70 prozentige chance dass das nahkampf zielen brand gesetzt wird opfer dem vier sekunden lang 300 schaden haben wir eh gerade noch nichts anderes ich bin 1 80 von der station aus komme ich bestimmt nach monument island die zur grundstation da hin oder da natürlich dahin gucken uns natürlich überall um dem alles mit was wir irgendwie in die krall kriegen können und die einfach maschinengewehr munition weg und auch noch mal benutzen seine augen ständen nicht zu eng zusammen die augen waren dicht blau nein grün ich weiß nicht mehr seine augen waren größer er schielt ok jetzt erinnern sie sich an die einfach es war ähm rot und lockig er sah aus wie ein irre fand ich ja genau so ok und wie war er so er war ganz sicher ein anarchist die erkennt man überall wissen sie ja ich weiß das ist sehr ähnlich und was das bild ist weg ist bestimmt da reingesprungen das wäre ich ein irre bin doch nicht irre auch noch ein bisschen was aufgeräumt ich glaube jetzt haben wir neun oder zehn auf dem kill count hopp falsche richtung geguckt das muss so in die arme gehen ich mag diese kraft die macht schaden und äh stunt leute und wir werden auch noch verwundbarer also ein rundum paket wenn man es braucht aber wir haben den links nicht gefunden so da wir jetzt ein komplett neues gebiet da wir jetzt ein komplett neues gebiet betreten haben würde ich sagen machen wir hier für heute wird er sagen ich speicher aber haha geht nicht wir haben derzeitig 570 dollar und null und zurück zum desktop dein letzter automatischer kontrollpunkt wurde am 1. dezember um 12 27 37 pm gespeichert du wirst sämtlichen fortschritt seit diesem zeitpunkt verlieren wenn du das spiel verlässt bist du sicher dass das ding kein automatisches speichersystem hat aufnahmisch du wirst